Ich hole mal die verrückten Willkommen hier zu einem neuen Video von mir und zwar möchte ich euch heute mal etwas zeigen und zwar habe ich ja schon eine ganze Zeit lang gesagt, ah ich will mich gar nicht zeigen, lalalala und ähm ja, ich habe mir das ziemlich, ziemlich, ziemlich lang überlegt und habe mir jetzt gedacht ich zeige mich, deswegen ist gerade die Mikrofonqualität auch nicht so gut ihr seht gerade noch schwarzes Bild, das ändern wir jetzt mal ich schiebe das jetzt hier mal ganz, ganz, ganz langsam weg und jetzt könnt ihr mich sehen das bin ich ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss